In den letzten Jahrzehnten hat sich das Verhältnis zwischen Menschen und der Milch radikal verändert. Milch ist zu einem gefragten Rohstoff geworden, mit dem knallhart gehandelt wird. Milch ist billiger Rohstoff, der in alles reingemischt wird. Man arbeitet nur noch von Konzernen, von Kraftstoffindustrie, selbst bleibt man auf der Strecke. Bauern haben mittlerweile eine überproportionalen Selbstverrate. Farming is the best business of them all. Das ist eigentlich das, was man zum Überlegen denkt, ob das ganze System so richtig ist. Ich komme, ich komme an Athleten. Wir produzieren mehr per hektar, wir produzieren mehr per animal. Die Politik der Europäische Union ermöglicht, dass wir ein Dumping in unsere Ökonomie verwendet werden. Wir wollen nicht sagen, dass wir einen Dumpen sind. Milch ist etwas, das Verhältnis zu erhöhen. Das ist ein von den Faktoren, das Verhältnis zu erhöhen. Was passiert in meinem Körper, wenn ich trinke? Wir müssen wieder vom Traktor runter und wir müssen Boden in die Hand nehmen und Boden verstehen. Das ist ein von den Faktoren. Das ist ein von den Faktoren. Untertitelung des ZDF, 2020